Moment, es heißt, man wird auf den Highway to Hell. Ich habe nicht gedacht, dass ihr jetzt so einreißt. Alter, ist das homophobisch, Junge. Wegen Zombies schon wieder. Nee, ehrlich gesagt, wegen den Leiterpacken. Dann lag ich hier unten am Verbluten. Alter. Ohne Spaß. Der Traktor, der war komplett grün. Und mittlerweile, ihr kennt es schon an Gelb langsam. Kann ich manchmal die Atombombe auslösen? Das war irgendwie lustig. Ich habe ein Auto gefunden. Ich fahre mit meinem Trecker hier auf dem Land weiter. Aber es ist komplett kaputt, Faust. Fuck. Die Engine ist jetzt gelb, meines Autos. Nimm's Factory, wo soll denn das sein, zum Teufel? Ich sehe eine sehr große Stange. Nee, das ist nur so ein Hafen. So, ich darf erst mal Auto reparieren. Panzersperren? Oh, da vorne könnte der Point sein, wo ich gestorben sein. Äh, gestorben bin. Wo ich gestorben sein, ja. Ich kann jetzt einfach mal durch die Stadt auf gut Glück. Auf gut Glück, dass sich einer raussnappt. Für Unauffälligkeit hupe ich noch ein bisschen. Also ich habe eine M4A3 CCO gehabt, eine G36C. Alter. Ich habe doch einen Engine-Part im Winter. Max meinte, ich soll mal fragen, ob ich beim Terraria Live-Team mitmachen kann. Hä? Adria, Max meinte, ich solle beim Terraria Live-Team mitmachen. Oder ich soll dich mal fragen, ob das in Ordnung geht. Wer ist denn Max? Ähm, im Nick irgendwie noch was. Der war vorhin hier auf dem TS. Hä? Genau, klar, jeder kann mitmachen. Wer ist denn einer von euch? Oh, hä? Hupst du? Ob du die ganze Zeit hupst? Ja, ich hup die ganze Zeit. Mach mal weiter. Ich hör dich! Bin hier in deiner Stadt? Ja, ich habe auch ein Auto gefunden. Du bist gut, äh, mit linke Tasten. Ich hup auch. Gut, warte mal. Ist ja schön, wenn ich eure Hube auch fahren könnte, aber ist leider nicht so. Ich hör dich. Wo bist du, Tobi? Irgendwo am Rante der Stadt. Warte da mal. Ich probiere dich mal zu finden. Ich kam von hinten rechts. Ja, das ist gewalt. Ich gucke immer weiter, okay? Guck mal auch nochmal. Ich hör dich da hinten. Ich glaube, ich komme jetzt zu dir. Du bist nur ein Traktor, ne? Ja, ich bin ein Traktor. Ah, da bist du! Ich soll von Max sagen, er macht im Stream mit, mit Aufnahme. Wo bist du? Links. Du musst da durch den Wald. Ich... Hat mir jetzt irgendjemand dazugehört? Ich soll von Max Arcanix sagen. Moment. Ja, ich hab nichts gehört, aber darüber können wir gleich nochmal reden, wenn... Ach, da... Fahr erstmal los, fahr los, wir fahren jetzt weg hier erstmal. Alles klar. Über Straße oder über Feld? Mir egal, das Ding hier ist verdammt schnell. Okay, Moment. Ah! Ah, nein, nein, nein! Was passiert? Du, wie hast du das gesehen? Nein, nein... Oh, steig in, steig ein! Warte! Los, fahr, 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 fahr! Verdammt, da war ein Javikant drinne! Ich hab fünf Stück hier drinne. Ich hab auch nicht Javikant. Guck mal ins Gear rein! Er kann nur Eject drücken. Nein, du drückst M, um die Map zu öffnen. Ja. Dann müsste da irgendwo bei dem... Ich glaub, das ist das dritte von oben. Da kannst du auf Gear drücken. Nein, da kann ich nur Units und so. Ach, da, Gear. Ja, okay, da ist ein Endfield drinne. Echt? Die hab ich gar nicht gesehen. Kann ich die mir nehmen? Wir brauchen ne Map, ich weiß nicht, wo wir hinfahren. Ah, da sind fünf Sherrycans, so ne, geil, da kann ich dann meine auch noch mit reinpacken. Meine beiden. Wenn ihr bei einem einzelnen Industriegebiet seid, guckt man nach nem Typ, der eine M4R3 da hat. Ja, dieses Auto ist ziemlich buggy, äh, buggy, bei mir ist angeblich alles kaputt, aber es fährt. Alter, du hast mit einem Panzerstatter gefahren. Hab ich gesehen. War, nein, Tobi, ist nicht wahr, oder? Du hast den Reifen kaputt gemacht. Warte, hier sind drei Stück Rindeln. Ich nehm einen raus. Alter, das Auto brennt! Ah, weg hier, Tobi! Das ist weg hier! Ja, du Sau! Du scheiße, du bist du! Dankeschön, Tobi! Was, was passiert, bist du tot? Ja, ich war aber auch so, wo es angefangen hat zu brennen und explodiert ist. Echt? Bei mir kam gar keine Nachricht, dass du tot bist. Ja, noch bin ich nicht tot, noch lebe ich. Ich bin aber gerade vor allem verbluten, die sind überall Zombies, Tobi, du hast dich umgebracht. Nein, ich verblüte dich. Ich rette dich. Wir hatten zwei Autos und das ist draus geworden. Beine im Arsch. Du hast geschlagen von den Zombies und ich bin jetzt tot. Ich weiß, aber ich rette dich. Ah, und jetzt weg! Ich blute wieder. Echt? Ja, ich hab einen Knochenbruch, ich bin da verbluten, jetzt bin ich tot. Nein! Der epischste Moment ever, würde ich mal glatt wegsagen. Ich hab die Eifer nicht gesehen, diese Scheißstrache. Ich stehe da aber so viele einfach rum. Nix passiert mit dem Auto, auf einmal geht es hoch. Das ist doch kacke. Mann, das ist absolute Scheiß. Nein, jetzt bin ich wieder alleine. Und Kevin, wie läuft's bei dir? Kevin? Hm. Jetzt wird ja auch so rasant zu wie bei uns gerade. Leider nein. Ah, jetzt hab ich einen Krümel im Auge. Aber Adrian, ich soll dir trotzdem von Max sagen, dass er am Montag mit aufnehmen wird, circa 250 Minuten. Er wollte unbedingt, dass ich dir das sage. Ja, beim Terraria-Stremen oder sowas. Ist das nicht morgen? Also wenn er am Montag mit aufnehmen würde, dann hat er... Ja, am Montag halt. Ja, aber morgen ist der nicht das wie. Der ist Max überhaupt. Der war auf jeden Fall heute hier im TS. Ja, da meint auch der ist öfters hier auf dem TS. Aber die letzte Woche, die ich jetzt hier drauf war, die hab ich nie gesehen. Ich bin wieder so alleine hier. Aber wahrscheinlich kennt er dich und auch die anderen. Also jedenfalls kann er eure Vornamen. Aber ist aber nicht schwierig. Muss man nur die Kanalbeschreibung durchlesen. Ach, ich lauf jetzt einfach da lang. Mein schöner Traktor und dieser geile Armee-Truck. Befährst du einfach zum Schlott, Tobi? Ähm. Dieser Armee-Truck war verdammt buggy. Da war alles rot. Ja, ich hab's gemerkt und jetzt, ich glaub, du weißt doch, warum alles rot war. Weil der ist ja instant down gegangen. Ja. Aber als ich das reparieren wollte, ähm, und die Optionen gesucht hab, hab ich sie nicht gefunden. Aber in der Toolbox. Hä? Mann, das war aber trotzdem ganz schön kacke. Kevin, fahr niemals mit Tobi im Auto mit, er tötet dich. Ich will mich mal eine Leiche haben, Tobi ist mir grad wurscht. Ich hab ne G36C und ne M4A3. Und noch elf Magazin und ein, äh, ne G36C und noch ein G36C. Nix drin, Arschwixen. Alter, ich hasse Zombie ohne Spaß, ich euch tödliche. Ah, die Zelle guck ich mir gar nicht erst an. Leu, so, mag, war ich doch vorhin schon. Oder steht da einfach überall. Ich hab' keine Muni mehr. Hauptsache, ich hab'n Alice Pack aufm Rucksack war. Ich hab' schon Alice Pack aufm Rucksack? Habe ich auch gerade gemerkt, weil ich gesagt hab' aufm Rücken natürlich. Boah, bin ich geil, ich hab' jetzt keine Muni mehr. Sag' mal was, äh. Loi. Wie geht das? Der Vorteil am, äh, wiedergespawned ist, ich seh' wenigstens alles farbig. Und nicht nur ich, sondern auch der eine Zuschauer noch. Bumm. Wann ist das Hacke gewesen? Mir leid. Ich find's aber lustig irgendwie. Boah, riecht das hier jetzt doch Knoblauch. Ist das eklig. Ist das lecker. Wenn's Knoblauch zu anpasster geht, wollte ich mir damit sogar die Zähne putzen. Das hat aber nur geklappt. Naja, wenn es so den Geschmack hat... Naja, freu dich. Obwohl, der wohl, ja, den Geruch vielleicht nicht unbedingt. Wurde man vielleicht ein ganz anderer Knoblauch riechen. Wäre vielleicht ein bisschen egler für die Mitmenschen, aber was sollst. Die interessiert eh keiner. Was kocht denn da lang? Ah, das ist ein Stein. Was kocht denn da lang? Ah, das war ein Stein. Ach, ein Schwein. Ich hab Stein verstanden. Wir haben nur nicht vollkommen zurückgeblieben, ey. Und Ali, hopp. Nein, ich hab jetzt nicht... Konko war Skilt. Das ist also einer von uns. Ja, ich hab jetzt... Ja, ich hab einen kleinen Grad gebrochen. Ach, du wirst Konko? Ja. Ne, du wirst Atrian. Ich mein ich doch... Oder ne. Äh... Ingame heißt er Kon. Aha. Ach, ich verwechseln jetzt mit Connor, weil er eigentlich keine Videos für euch macht. Da hab ich mich jetzt gewundert, warum er jetzt doch gestorben ist. Weil ich hab in der Videobeschreibung was mit Connor gelesen. Er meint, er macht für euch keine Videos, aber du hast gerade irgendwas mit Konko gedaubert. Und da war ich total durch den Wind. Wie immer. Äh, jetzt bin ich total durch den Wind. Ja, ich übrigens auch. Ist egal. Egal, das heißt jetzt Zeit zum Witzen. Nein, war ein Spaß. Zeit zum was? Zeit zum Witzen. Ne, lieber Wichsen. Was? Lieber ein W anstatt ein R da hinsetzen. Na gut, Witzen wär vielleicht auch nicht so toll. Dann müsste man das ganze Wort austauschen, damit man auf Wichsen kommt. Ja, das wär was ganz in Ordnung. Das wär ganz in Ordnung. Nur ein, was ist das besser. Sex. Ex. Genau, ein, was ist das besser. Ex. Oh, ne Stadt. Ne, doch nicht. Hier bin ich ja vorn. Ne, doch nicht. Hier war ich noch gar nicht. What the fuck? Ist das ein... What the fuck? Ein Spieler. Hello? Ah, der ist schon tot. So viele Zornos. So viele Zornos. So viele Zornos. Ich red jetzt die ganze Zeit hier im In-Game-Voice-Chat. Oh man. Hallo jemand hier. Ich bin ein Überlebender. Ich... Ich weiß nicht wo ich bin. Ich hab keine Orientierung. Bitte hell, ich spüre. Vielleicht haben wir auch mal die Lust an mir. Hey, hier ist ein Abwurfpaket.